Hallo zusammen! Gestern haben wir sehr viele neue Informationen von Tesla beim Earnings Call erhalten. Ich habe bereits dafür schon ein ausführliches Video gestern gemacht. Heute befassen wir uns mal mit der Frage, wann denn große Autohersteller, also die klassischen Automobilhersteller, bei Tesla die FSD und damit die Technik fürs autonome Fahren einkaufen werden. Das ist nicht so sehr eine Frage des Ob, sondern vielmehr eine Frage des Wann und vor allem Wer. Darüber reden wir gleich und dann gibt es noch weitere interessante Neuigkeiten zum Thema Elektroautos im Allgemeinen. Spoiler Alert, die sind sauberer als bisher bekannt. Vorher gibt es wie immer den Hinweis auf den Sponsor, der dieses Video möglich macht. Bis gleich. Tesla-Welt wird präsentiert von Shop4Tesla. Nachhaltiges Zubehör für eure Autos. Hier gibt es Gummimatten, Schutzblenden, Performance-Pedale und noch vieles mehr. Alles, was man so für seinen Tesla eben braucht und bekommt jetzt 5% auf alle Produkte. Link dazu findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Schaut da gerne mal vorbei. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Tesla-Welt. Mein Name ist David und wir sprechen wie immer hier über die Neuigkeiten rund um Tesla. Gestern ist so viel passiert. Tesla hat ja das Performance Model 3 vorgestellt und ich wollte euch da nochmal ganz kurz ein Zitat zeigen. Das kommt von Lars Moravy von Tesla. Einer der wichtigen Executives bei Tesla, die auch beim Earnings Call gestern mit dabei waren. Und er schrieb hier über das Performance Model 3, oh Mann, ich bin so aufgeregt, dieses Auto zu haben. Es ist wirklich erstaunlich. Schnell, komfortabel, direkt, schnell und leistungsstark, technikversiert und dabei effizient. Alles, was ich jemals tun wollte, war, großartige Autos zu bauen. Das war eigentlich meine erste Zielvorgabe von E, gemeint Elon. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Das beste Auto aller Zeiten zu bauen. Go! Ja, da spricht die Begeisterung aus dem Ingenieur raus und wir sehen gleich, dass hier auch andere Leute inzwischen das Model 3 Performance getestet haben und zu einem ganz ähnlichen begeisternden Ergebnis gekommen sind. Ich habe inzwischen Videos gesehen von MKBHD, aber auch von Jason Camisa zum Beispiel. Die sind völlig begeistert von diesem Auto. Vor allem von den Sitzen, aber auch vom Handling. Gleichzeitig vom Komfort, denn das ist nicht nur ein Auto für die Rennstrecke. Und dann natürlich von der unglaublichen Power, die Tesla hier unter die Haube gepackt hat. Das macht den BMW M3 völlig überflüssig und irrelevant. So sagte zum Beispiel Jason Camisa. Das zu sehen im Podcast von The Camargin Show. Link gibt es unten in der Beschreibung. Und der muss es wissen, denn der kennt sich mit sportlichen Autos bestens aus. Der ist auch kein Tesla-Fanboy. Das muss man ganz klar sagen. Der findet Elon und Tesla eigentlich, naja, so lala. Aber er erkennt, wenn er ein Produkt vor sich hat, das technisch einfach herausragend und hervorragend ist. So war es schon beim Cybertruck, den er auch in den höchsten Tönen lobte und dafür sehr viel Hate in seiner Community geerntet hat. Und genauso ist es jetzt beim Performance Model 3. Wir dürfen gespannt sein. Die ersten Autos sind bereits auf Schiffen nach Europa unterwegs. Tesla liefert die ersten Fahrzeuge im Mai. Und dann bin ich schon sehr gespannt, wann ich zum ersten Mal in einem Performance Model 3 sitzen darf. Reden wir nochmal über die Quartalszahlen. Und zwar diesmal nicht von Tesla, sondern von Ford. Die wurden nämlich gestern ebenfalls veröffentlicht. Und bei Ford ist es was ganz Besonderes, denn Ford hat bereits sein E-Auto-Business in eine eigene Business Unit ausgegliedert. Dementsprechend erhalten wir im Gegensatz zu anderen Herstellern bei Ford sehr genaue Zahlen zum E-Auto-Geschäft. Und das schaut weiterhin sehr schlecht aus, denn im ersten Quartal verlor Ford hier weiter 1,3 Milliarden Dollar. Noch krasser ist es eigentlich, wenn man sich den Umsatzrückgang anschaut. Und minus 84% Einbruch im ersten Quartal mit E-Fahrzeugen und der Grund dafür sei der branchenweite Preisdruck gewesen. Volumina sind um 20% eingebrochen. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, dann steht Tesla eigentlich gar nicht so schlecht da mit ihrem ersten Quartal. Hier nochmal die Zahlen von Tesla im Vergleich. Bei der Produktion ging es lediglich um 2% nach unten im Jahresvergleich. Und das, obwohl die Fabriken ja mehrfach und mehrere Wochen stillstanden, vor allem in Berlin durch den Anschlag zum Beispiel. Bei Tesla hat es mehr die Deliveries getroffen, also die Lieferungen an Kunden. Aber auch hier gab es nur einen Rückgang um 10%, also deutlich besser als bei Ford. Und das ja, obwohl Tesla das direkte Vertriebsmodell hat. Ford liefert erstmal an Händler. Und wenn das Auto von Ford an den Händler geht, dann können sie es bereits als verkauft verbuchen. Egal, wie lange das beim Händler dann noch auf dem Hof steht. Den Knick im Absatz, den hat Tesla im Earnings Call eigentlich sehr gut erklären können. Sie sagen, dass sich das im zweiten Quartal bereits wieder deutlich ändern wird. Und sie sagten auch, dass zum Beispiel im Vergleich mit anderen Herstellern sie eben deutlich besser dastehen. Auch mit den chinesischen Herstellern. Und die gelten ja bekanntlich für Tesla eigentlich als die Hauptkonkurrenz. Der Einbruch bei Tesla ist bei den Zahlen also weit weniger schlimm als bei anderen Herstellern. Und es handelt sich vor allem nur um einen temporären Zustand. Das hat Tesla gesagt. Sie haben im Vergleich zur Industrie immer noch einen herausragenden Inventarstand von nur 28 Tagesproduktionen. Und der wird im Q2 auch wieder deutlich sinken. Wie geht es bei Ford weiter? Das ist eine sehr schwierige Frage. Denn sie fahren die E-Auto-Produktion und die Investitionen dafür massiv zurück. Ganz ähnlich wie andere Hersteller. Das tun diese, um einfach nicht schneller pleite zu gehen. Denn mit E-Autos verdienen sie heute kein Geld. Ist eigentlich der total falsche und kontraproduktive Schritt. Aber vielleicht gibt es ja noch einen anderen Ausweg. Und da komme ich zum Thema Lizenzierung von FSD. Darüber hat Elon im Earnings Call gesprochen. Tesla ist heute in Verhandlungen mit einem großen Hersteller, sagte er. Es geht darum, die FSD-Technologie von Tesla zu übernehmen. Für zukünftige Fahrzeuge natürlich. Und das wird auch Zeit beanspruchen. Das liegt nicht an Tesla. Die Technik dafür ist da. Auch die Integration ist nicht kompliziert. Aber die klassischen Hersteller brauchen eben ein paar Jahre, drei bis fünf Jahre, bis sie ein neues Fahrzeugmodell überhaupt auf den Markt bringen können. Meine These, und das ist jetzt hier Spekulation, ist, dass dieser erste große Hersteller Ford ist. Denn Jim Farley, der CEO von Ford, der ist bereits einmal ins kalte Wasser gesprungen mit Tesla. Als er als allererster klassischer Autohersteller nämlich den Ladestandard von Tesla in alle Fahrzeuge integriert hat. Und er muss in irgendeiner Weise Ford retten. Mit der Skalierung der E-Auto-Produktion tun sie sich sehr, sehr schwer. Wenn in wenigen Jahren keiner mehr einen Verbrenner kaufen will, dann geht Ford einfach pleite. Und jetzt kommt hier ein neuer Game Changer ins Spiel. Und zwar Tesla FSD. Elon hat's ganz klar gesagt. Die Lizenzierung, das ist nicht mehr eine Option für Hersteller. Denn kein Mensch wird ein Fahrzeug kaufen wollen, das nicht autonom fahren kann. Das ist genau wie bei den Smartphones. Jedes Auto muss und wird smart sein. Das heißt, die klassischen OEMs, die haben nicht mehr das Problem, dass sie keine Verbrenner mehr verkaufen werden. Sondern sie können überhaupt gar keine Autos mehr verkaufen, wenn sie nicht das autonome Fahren lösen. Und das macht Tesla gerade. Das wird auch sehr viel schneller kommen, als sich alle vorstellen. Und ich argumentiere, dass das unter Umständen ein Rettungsanker für Leute wie Jim Farley sein könnte. Denn dann sind die Verluste, die sie beim Verkauf und bei der Produktion der Elektroautos machen, auch nicht mehr so relevant. Die Margen, die über Software und über sowas wie autonomes Fahren verdient werden können, die sind einfach derart exorbitant, dass sie selbst, wenn sie einen Prozentsatz, sagen wir 30 Prozent, an Tesla abgeben würden, damit absolut aus ihrer Misere rauskommen. Eine Wahl werden sie sowieso nicht haben. Und wenn es sich abzeichnet, dass Tesla die richtige Technologie hier hat, und ich glaube, das tut es gerade, Dann werden sie reihenweise Schlange stehen. Und wer zuerst kommt, malt ja bekanntlich zuerst. Und ich glaube, dass Jim Farley und Ford hier bereits einmal bewiesen haben, dass sie kein Problem haben, zuzugeben, dass Tesla hier einfach der führende Anbieter ist. Schreibt mir unten gerne in die Kommentare, was ihr davon denkt. Ich glaube, Elon glaubt, er bekommt dieses Jahr noch einen Vertrag mit einem OEM. Und vielleicht bekommt er sogar zwei, sagte er. So, kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema. Hier ein Artikel von Bloomberg. Den fand ich interessant, denn hier geht es ums E-Auto allgemein. Es geht um nichts anderes als die Sauberkeit. Und da gibt es ja immer wieder großen Gegenwind am Stammtisch. Bloomberg schreibt hier, Battery Recycling erschüttert den Mythos vom Elektroautomüll. Hier geht es konkret um eine neue Studie. Sind Elektroautos wirklich so viel besser für die Umwelt? Beim Recycling ist die Frage eindeutig, so schreiben sie. Schauen wir gleich mal rein. Die Herstellung einer Batterie für ein Elektrofahrzeug erfordert in der Regel den Abbau von Hunderten von Pfund schwer zu gewinnender Mineralien. Das wirft ein Schlaglicht auf die hohe Umweltbelastung von Batterien, zumindest im Vorfeld, also während des Bau des Fahrzeugs. Doch die jüngsten Fortschritte im Batterie-Recycling, unter anderem durch den führenden US-Batterie-Recycler Redwood Materials, verringern den ökologischen Fußabdruck der E-Fahrzeuge. Und dann geht es gleich sehr spannend weiter. Herkömmliche Methoden, um Mineralien aus dem Boden zu holen und sie für Battery-Packs zu veredeln, erfordern enorme Energiemengen. Daher ist der anfängliche Kohlenstoff-Fußabdruck eines E-Fahrzeugs höher als der eines vergleichbaren Fahrzeugs mit Verbrennungsmotor. Diese anfänglichen Emissionen werden im Laufe der Zeit durch die überlegene Effizienz von Elektromotoren wieder ausgeglichen, was zu einer Reduzierung der Gesamtemissionen um 70% während der durchschnittlichen Lebensdauer des Fahrzeugs führt. Ja, und den meisten Leuten von euch da draußen ist das nichts Neues. Das E-Auto selbst mit Kohlestrom ist umweiten sauberer als ein Verbrenner. Und das liegt eben an der Lebensdauer und der hohen Emission bei Verbrennern über diese Lebensdauer hinweg. Und ich persönlich finde diese Stammtisch-Diskussion eigentlich immer sehr befremdlich. Ja, ihr müsst mindestens 150.000 Kilometer fahren, bevor das Elektroauto sich lohnt. Okay, aber dann lohnt es sich doch. Und ein Verbrenner fährt eben weiter als 150.000 Kilometer und ein Elektroauto auch. Also insgesamt doch eigentlich eine klare Sache. Selbst nach 150.000 Kilometern möchte man denken. Der eigentliche Fakt dabei ist doch, dass über die Gesamtlebensdauer 70% der Emissionen eingespart werden können. Und jetzt wird es interessant, denn hier gibt es eine erste Untersuchung, die jetzt auch das Batterie-Recycling mit in die Berechnung mit einbezieht. Und das macht das E-Auto noch viel attraktiver für die Umwelt. Jetzt sagt der Stammtisch sicherlich gleich, hey, Recycling wird eh nicht gemacht, ist viel zu teuer. Das ist aber totaler Blödsinn. Warum? Ich erkläre es euch. In einer Batterie sind die Mineralien hoch rein und hoch angereichert. Im Gegensatz zur Mine, wo ihr einfach nur Gestein und Geröll rausholt und da zu einem ganz geringen Prozentsatz nur die Mineralien drin habt. Es macht also wirtschaftlich total Sinn, Batterien zu recyceln. Das ist günstiger als der Abbau in der Mine. Und genau deswegen wird es auch gemacht, mal ganz unabhängig vom Umweltaspekt. Heute ist aber bisher in den Berechnungen bei Elektroautos immer mit einbezogen worden, dass ihr die Batterien danach auf den Müll schmeißt. Und genau das ändert sich jetzt. Tesla als Marktführer für Elektroautos, der recycelt sowieso schon alle Batteriezellen. Selbst die, die bei der Produktion als Ausschuss anfallen. Der Rücklauf ist sowieso heutzutage noch relativ gering, weil die Autos fahren ja alle noch da draußen. Und J.B. Straubel, der Ex-CTO von Tesla, der hat die Firma Redwood Materials gegründet und der konzentriert sich damit voll auf das Recycling. Lesen wir also mal den Artikel weiter. Laut einer Bloomberg-NEF-Analyse sind in den USA etwa 25.500 Meilen, das sind 41.000 Kilometer, erforderlich, damit ein Elektroauto ins Plus kommt. Ab da ist es für die Umwelt günstiger, ein Elektroauto zu fahren. Und diese Zahl hatte zur Annahme, dass ihr danach die Batterie auf die Müllkippe schmeißt. Das ist aber nicht der Fall. 100% der Batterien werden in Zukunft recycelt werden. Hier steht, das Recycling von Elektrofahrzeugen steckt zwar noch in den Kinderschuhen, ist aber bereits rentabel, das ist schon mal die erste wichtige Nachricht, und ermöglicht die Rückgewinnung von mehr als 95% der wichtigsten Mineralien. Eine neue Analyse von Forschern der Universität Stanford, die noch von Fachkollegen geprüft wird, ergab, dass das Recyclingverfahren von Redwood Materials bis zu 80% weniger Emissionen verursacht als die herkömmliche Lieferkette mit CO2-verursachenden Raffinerien. Das heißt, der ursprüngliche Weg, wie man heute Lithium anreichert, der wird durch die Recyclingmethode von Redwood um 80% verbessert. Das reicht aus, um die Umweltbilanz eines durchschnittlichen Elektroautos gegenüber dem Verbrennungsfahrzeug auf weniger als 15.000 Meilen zu verkürzen. Das sind 24.000 Kilometer. Jede weitere Meile ist ein Gewinn für die Umwelt im Vergleich mit einem Auto mit Verbrennungsmotor. Ja, das sind doch mal ermutigende neue Zahlen. Da habt ihr wieder was für die nächste Stammtisch-Diskussion. Sehr interessant und wenn ihr das auch fandet, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben für den Algorithmus da und abonniert gerne auch den Kanal. Ich wünsche euch alles Gute, macht es ganz gut, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao. Falls ihr diesen Kanal unterstützen wollt, dann schaut mal bei Shop4Tesla rein. Ihr bekommt 5% Rabatt auf jetzt alle Produkte und ihr tragt mit eurem Kauf auch dazu bei, dass ich weiter diese Videos machen kann. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla-Owners-Club Helvetia in der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V. unterstützt.